So liebe Leute, moin moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Capture the Flag auf der wunderbaren Map Arcaden. Wie ihr vielleicht hört, habe ich Halsschmerzen, aber ich werde es trotzdem versuchen, hier ein Let's Play hinzubekommen. Wird natürlich nicht immer sprechen. Und ja, ich nehme es mit einer besseren Kamera auf. Gestern waren das glaube ich 5 Megapixel, heute sind es stolze 8. Für die Map nehmen wir die UMP45, die MP412, Aufklärung, Schnellziehung, Todesstille, Splitter und Blendgranate kommt natürlich auch mit. Ich möchte mich erstmal bedanken bei ganz vielen Leuten. Das ist natürlich, ich kann mich eigentlich bei gar nicht allen bedanken. Erstmal an meine ganzen Abonnenten, die ich habe. Ihr seid erstmal die Besten, die es überhaupt gibt. Mal bei meinen Videos bekommt man ja halber Augengräbs und nicht jedes Mal ein Video. Ja, nicht jedes Mal ein Video war perfekt. Ich habe auch wirklich viel Schwachsinn gemacht. Dieses Gronkh-Video oder damals hatte ich noch Twitter-Videos, musste ich aber löschen wegen dem Urheberrecht. Und mein erster Dank geht an PS3-Business-Germany, alias XXDoncamoraXX. Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich immer in deinem Video als Tech benutzt hast. Was ich schon irgendwie krass fand. Weil ich habe dir damals zugeschaut, als ich noch kein YouTube hatte. Und dann plötzlich mit dir zu zocken, selbst YouTuber zu werden und selbst Let's Plays zu machen, ist schon irgendwie richtig krass. Ja, bei mir ist es ja leider so, ich bin ja Koch, wie ihr vielleicht wisst. Und bin natürlich nur dienstags und Mittwoch bis 15 Uhr online, was ich natürlich auch schade finde. Ich versuche natürlich auch immer Let's Plays zu machen. Das Problem ja, ich habe einen alten Röhrenfernseher bei meinem Hotel, wo ich schlafe. Und da kann man nicht wirklich gute Aufnahmen machen. Ja, dieses Video sieht schon besser aus. Ja, die anderen Videos, die ich jetzt hochgeladen habe, die auch unkommentiert sind, werde ich wahrscheinlich löschen, weil die flackern ganz schön. Und ja, das nicht so. Und ja, mein zweiter Dank geht an LucaGamer, alias... Ja, gerne nur, number one. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, vielen Dank, dass du immer meine Videos anguckst. Und natürlich noch an alle Abonnenten, die ich habe. Ach, ich kann jetzt gerade nicht alle aufzählen. Aber erstmal vielen Dank, dass du immer meine Videos anguckst und dass ihr immer ehrlich seid mit den Videos. Und was noch, was mich immer wundert, immer wenn ich ein Video hochlade, nach gut zwei, drei Minuten bekomme ich schon ein Like. Äh, ich weiß nicht, wer das ist, aber vielen Dank, Luca. So, jetzt müssen wir erstmal hier das Gameplay erspielen, weil wir haben einen Kill schon, viermal zum Mal abgekratzt, das ist gar nicht gut. Wie ihr da hinten seht, ist da schon einer. Ja, 150 Punkte. Gut, dass ich den Schuss gemacht habe. Ihr müsst immer aufpassen, immer schießen, sage ich. Immer schießen, schießen, schießen. Warten, das bringt gar nichts. Sonst killt euch noch jemand anders. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe mal Capture the Flag gespielt. Und, ja, da war der Feind da. Ich war der einzigste Überlebende. Also, da war der Feind, hat gerade die Bombe platziert. Ich wollte natürlich ein gutes Bild aufgeben. Ich hinter dem Typ ein bisschen hergetanzt. La la la, und wollte gerade einen Kopfschuss ansetzen, damit er die Bombe nicht zündet. Und plötzlich kommt noch ein Zweiter, weil auf der anderen Seite waren zwei und ich war eins. Ja, fehlt mich von hinten. Oh, mein Gott, das war richtig peinlich. Ich habe natürlich sofort das Spiel verlassen. So, 50 Punkte habe ich auch mal hier. Oh, mit der MP5 ausgestattet. Zum Glück habe ich ihn ausgeschaltet. Das ist nämlich eine sehr gefährliche Sache. Oh, der Flaggenträger. Ist natürlich auch ein seltenes Bild, wenn man den mal so trifft. So, wo war denn der genau? Ups, ich habe hier überhaupt keinen Terminal mehr. Äh, keinen taktischen Einstieg. Ich bin immer noch oft infiziert. Oh, so, hätte ich mal ein bisschen aufpassen sollen. Oh, das war eine Fata Morgana, die mir natürlich zum Verhängnis wurde. So, wir haben noch 54 Sekunden. Da kann sich noch einiges ändern. Wir sind voll am Gewinnen. Und wusstet ihr eigentlich, dass es da richtig viele Details gibt hier? Zum Beispiel Abfalltunnel. Ist mir auch sonst nie aufgefallen. Das ist die Flagge. So, die Flagge ist wieder erobert. Die Zeit wird knapp. Wir haben noch 25 Sekunden. Das ist doch gut. Wir haben die feindliche Flagge erobert. Wunderbar. Wir haben das sehr gut gemacht. Ja, das sage ich nur. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein, liebe Abonnenten. Ich weiß gar nicht. Nächste Videos. Ich werde jetzt noch ein paar Videos machen. Und ja. Nächste Videos gibt es dann erst wieder. Dienstags. Oder ich hab frei. Also, ciao. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.